Willkommen auf meinem GIMP Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich gerne den Toaster Filter Effekt von Instagram nachbauen. Und das wird noch ein weiteres Tutorial meiner Instagram Filter Reihe. Ich werde noch ein, zwei, vielleicht sogar drei von dieser Sorte machen, bevor ich mich dann anderen Dingen zuwende. Ich werde dann diese ganzen Instagram Filter in eine Playlist zusammenfügen. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr die gerne teilen. Okay, ich habe diese Vorlage hergerichtet. Und natürlich ist der Link dazu in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Okay, also wir duplizieren die Ebene hier zweimal, schalten die untere Ebene aus. Nun gehen wir auf Farben. Werte, beziehungsweise Kurven. Und hier in den dunklen Bereichen werden wir etwas abdunkeln. Und zwar nehme ich hier einen Wert von ca. Ja, so was. 6,67 in etwa. Und bestätige mit OK. Wenn das geschehen ist, werden wir uns eine Auswahl ziehen. Wir nehmen uns hier unser rechteckiges Auswahlwerkzeug und ziehen uns hier in dem Bild eine Auswahl hinein, so wie wir das wollen. Das ist Geschmackssache. Ja, und klicken in die Auswahl hinein, um diese zu aktivieren. Hier sieht man diese marschierenden Ameisen. Nun gehen wir auf Auswahl, ausblenden. Hier nehmen wir einen Wert von 250. Und man sieht hier wird es ausgeblendet auch nach außen und die Ecken abgerundet und so weiter. Jetzt werden wir eine Ebenenmaske hinzufügen. Rechte Maustaste auf die obere Ebene. Ebenenmaske hinzufügen, Auswahl. Hier müssen wir aus der Auswahl das nehmen und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt, wenn wir hingehen, gehen auf Farben und werden diese Ebenenmaske invertieren. Wenn die Ebenenmaske invertiert ist, werden wir diese Ebenenmaske in einen Kanal abspeichern. Dazu gehen wir hin, Auswahl, ja, speichern in Kanal. Ja, jetzt haben wir den hier bei den anderen, bei den Rot, Grün, Blau und bei dem Alpha-Kanal hat sich hier ein neuer Kanal gebildet und zwar Auswahl aus Maske. Nun gehen wir zurück auf unser ursprüngliches Foto, markieren die zweite Ebene von oben, gehen auf Farben, Werte und ich nehme hier auf der rechten Seite einen Wert von ca. 90% und bestätige mit OK. Man sieht, wie sich hier dieser Bereich aufhält, ja. So, dann gehen wir auf Auswahl, nichts. Auf die obere Ebene, die ihre obere Ebene markieren, rechte Maustaste, nach unten vereinen. So, das war der erste Schritt. Nun werden wir diese Ebene einmal duplizieren, schauen, dass unsere Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe standardmäßig eingestellt ist, also Vordergrundfarbe schwarz, Hintergrundfarbe weiß. Dann gehen wir auf das Bild, dann gehen wir auf das Bild, rechte Maustaste, Farben, abbilden, auf Farbverlauf. Wir werden uns jetzt hier eine Farbverlaufsebene machen. Zuerst haben wir das, wie gesagt, entsättigt. Nun werden wir als Vordergrundfarbe auswählen, 3A0A59 und bestätigen mit OK. Dann klicken wir hier hinten die Hintergrundfarbe weiß an und hier werden wir die Farbe nehmen, FEA957 und bestätigen mit OK. So, dann rechte Maustaste auf das Bild, Farben, abbilden, auf Farbverlauf. Nun haben wir uns hier eine Farbverlaufsebene gemacht und wir werden hier die Ebenendeckkraft auf 70% stellen. Nun, nachdem das geschehen ist, werden wir eine neue Ebene transparent hinzufügen, stellen hier die Ebenendeckkraft auf 25% und werden unseren Ebenenmodus gleich hier mal auf Bildschirm stellen. Nun müssen wir eine neue Farbe in diese soeben erstellte transparente Ebene hineinfügen und dazu nehmen wir die Farbe 1D, 1D, 1D. Okay, nun nehmen wir die Farbe, oh ich glaube das war sie gar nicht, muss mal gucken, 1D doch, haben wir gemacht. Nun ziehen wir die Farbe in diese soeben erstellte Ebene hinein, transparente Ebene hinein und lassen einfach unsere linke Maustaste los. Im nächsten Schritt erstellen wir nochmal eine neue transparente Ebene und hier werden wir unseren Ebenenmodus auf Abwedeln stellen und die Ebenendeckkraft auf 50% zurücknehmen. Diese Ebene füllen wir mit der Farbe D299-01. Wir nehmen die Farbe einfach hier mit der linken Maustaste festgehalten gedrückt und ziehen sie auf das Bild und lassen sie einfach die Maustaste los. So, wenn wir das gemacht haben, kommt diese Ebenenmaske, die wir in den Kanal gespeichert haben, wieder zum Einsatz. Wir markieren die zweite Ebene von oben, rechte Maustaste auf die Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, aus Kanal und bestätigen mit OK. Nun werden wir das gleiche nochmal bei der letzten oberen Ebene machen, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, aus Kanal. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. So, nun sind wir fertig. Toaster-Effekt von Instagram. Mach es mal ein bisschen größer. So, nicht? Ursprungsbild, Toaster-Effekt. Was man jetzt noch machen kann, oder wenn man das möchte, gehen wir mal auf ein bisschen kleiner. Wir können hier noch eine Auswahl ziehen, um das Bild herum, um so ein analogen, von einem analogen Foto diesen weißen Rand zu erzeugen. Aber wie gesagt, wir wählen das komplette Foto aus hier mit unserem fähigigen Auswahlwerkzeug. Gehen auf Auswahl und Border, das heißt auf Deutsch, was weiß ich, Rand, Rahmen. Und gehen hier einfach mal auf 5, vielleicht ist ein bisschen wenig, Edit, dann nehmen wir das wieder zurück, bearbeiten, Border, gehen wir mal auf 25, sieht gut aus. Nun gehen wir einfach hin, stellen unsere Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe so ein, dass weiß im Vordergrund ist. Nehmen wir uns einen Pinsel und pinseln hier uns schön diesen Foto-Rahmen hinzu. Auswahl, nichts. So, nun wären wir fertig. Toaster-Effekt von Instagram. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, schreibt mir doch einen Kommentar. Mich würde freuen, wenn ihr mein Video oder meinen Kanal auch außerhalb von YouTube bekannt machen würdet. Das würde mich sehr freuen und für die neuen Menschen, die hierher gekommen sind, wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir doch ein Abonnement da. Das würde mich auch sehr freuen und wäre eine große Anerkennung für meine Arbeit. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020